Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Sibiria 3. Ja, in der letzten Folge haben wir es ja endlich geschafft, die Medizin für den Uhrmacher zu finden oder herzustellen eigentlich mehr. Ja, und jetzt haben wir ja eine neue Aufgabe bekommen. Können wir jetzt überhaupt? Doch, jetzt können wir raus. Ich wollte gerade sagen, der hielt noch so die Tür zu. So. Ah, das ist aber ganz schön am Haken heute. Ich weiß nicht, was das ist, weil in der Regel, wenn ich aufnehme, nichts läuft. Also, es ist jetzt auch gerade weder was am Downloaden, noch ist was irgendwo am Hochladen oder sonst was. Guten Tag. Verirrt, hübsches Mädchen. Ach, der Schleimkopf war das. Okay. Ja, wir müssen, denke ich, mal erstmal Richtung Hafen. Die Frage ist jetzt nur, wo genau muss ich jetzt rum? Ich muss jetzt auch gestehen, ich habe das jetzt auch nicht mehr so im Kopf, weil ich habe gestern damit Schluss gemacht. Und weiß nur noch, dass wir versuchen müssen, die Viecher hier, das Name ich auch vergessen habe, übers Wasser zu kriegen. Und zwar mit dem Schiff. Du sollst da eigentlich nicht ins Wasser rein. Hallo? Ich weiß nicht, ob hier unten noch was ist. Ich gucke mal eben nach. Ob da jetzt noch eine neue Gasse ist oder so, oder ob hier gar nichts mehr ist. Anscheinend kann man jetzt hier nicht so wirklich was machen. Oh, hier ist abgesperrt. Schade. Hier kann man auch nichts machen. Irgendwo reingehen oder so. Ja gut, dann nehmen wir jetzt mal, ja, ich würde sagen, den Weg andersherum, wo wir eigentlich ganz am Anfang rumgehen wollten. Oder können wir hier auf das Schiff drauf? Nee, nee, komm mal nach hier. Oder ist das gar kein Schiff, was hier steht? Das kann natürlich... Moment. Doch, das ist ein Schiff. Okay. So, da können wir rein. Können wir hier draußen denn noch irgendwas machen? Da können wir auch rein. Hallo? Geht ihr das mal an? Joa, ich denke mal, hier draußen können wir nicht wirklich was machen. Dann gehen wir erst mal rein. Ist das hier eine Kapelle oder was? Warum sind hier die ganzen Sitze? Das ist der Weg nach draußen. Nach der Anzahl der Sitze zu urteilen, ist das eine Art Fähre. Ein Transportmittel. Okay. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Kann man hier runter? Ich befürchte nämlich, dass wir da nach draußen gehen. Immer da durchgehen. Ich hoffe, ihr könnt mich noch einigermaßen übrigens verstehen, weil meine Stimme ist schon wieder dermaßen abgebrochen gerade. Ich höre mich wieder so rau an, als ob ich irgendwie, keine Ahnung, 100 Jahre geraucht hätte oder so. Dabei rauche ich gar nicht. Alles scheint noch zu funktionieren. Seltsam, ein Schiff so unbewacht zurückzulassen. Ja, irgendwie kommen mir da jetzt so die ganzen Horrorgames wieder in den Kopf. Aber ich denke mal nicht, dass jetzt hier irgendwo eine Horror-Szene kommen wird. Ich meine, es ist ja auch ein Point-and-Click. Also was soll man da jetzt großartig... Hier unten kann man da noch irgendwas machen, dass... Ah. Ist auf jeden Fall ein großer Frachtraum. Wow, so viel Platz. Ja, da könnten wir die... Hier ist auch niemand. ...die Flügelfiecher da... Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen unterbringen. Hier ist auch niemand. Ja, ich weiß. Du sollst dich mal umsehen, wenn hier schon keiner ist. Ach, dann halt nicht. Okay, dann gehen wir halt wieder zurück nach oben. Es kommt mir immer mehr so vor, als liefe ich durch ein Geisterschiff. Sag das nicht zu laut, bitte. Okay, anscheinend möchte sie... Okay, wenn ich dann hinten drauf klicke, dann möchte sie doch hoch. Ja. Sagen wir mal nix zu. Hier sind wir, glaube ich, reingekommen. Also können wir da normalerweise wieder hoch. Genau. Hm. Da kommen wir, wie erwartet, jetzt überall wieder nach draußen. Okay. Niemand. Ich habe auch so die Befürchtung, dass der wahrscheinlich gar nicht hier auf dem Schiff ist, sondern dass wir den irgendwo anders treffen müssen. Ich sage jetzt mal, der sitzt irgendwo und ist am Saufen oder so. Das ist jetzt so meine Befürchtung. Jetzt weiß ich allerdings auch gar nicht, wie man... Doch da hinten kommt man, glaube ich, wieder runter. Ich gehe mich jetzt draußen noch mal so ein bisschen umschauen. Da, wo wir noch nicht gewesen sind am Anfang, wo wir eigentlich rumgehen wollten. Vielleicht finde ich den auch in der Taverne. Ich meine, der trinkt ja viel. Ja gut, die ist jetzt direkt hier vorne. Ich würde sagen, da gehen wir nochmal eben schnell hin vorher. Das wäre jetzt auch noch so ein Gedanke von mir, dass der jetzt irgendwo gerade am Saufen ist oder so. Vielleicht kann er mir ja was sagen. Hallo? Frechen Sie mit der jungen Sarah. Sie kann Ihnen vielleicht helfen. Dann laufen wir doch Moppen. Wenn er meint, die kann uns helfen, dann fragen wir die nochmal. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt dazu gehört, aber... Der Kapitän ist dort drüben, am Kamin. Oh, okay. Was ist der hier? Bist du jetzt der Kapitän oder nicht? Bist du der Kapitän? Nee, du bist der Kapitän, ne? Ah. Kapitän Obo? Ich argumentiere mal. Ich muss mit Ihnen sprechen. Die Kristall gehört immer noch Ihnen... Wovon reden Sie, junge Dame? Von der Kristall. Ihrem Schiff. Ach ja. Natürlich. Welches Schiff? Ich spreche von der Kristall. So hieß sie ja. Sie ist mein... Schiff, ich meine... Theoretisch. Eigentlich gehört sie der Bank, meine Kristall. Nun, ich brauche dieses Schiff, Kapitän Obo. Was für großartige Neuigkeiten. Ich meine... Mal sehen. Wovon sprachen wir nochmal? Eieiei. Die Kristall. Das Schiff im Hafen, das wissen Sie doch. Okay. Die auch? Ihr Schiff. Die Fähre, die Sie viele Jahre lang befehligt haben. Aber welches? Oh, vergessen Sie es. Ich komme später wieder. Nüchtern sieht Kapitän Obo aus. Ja, wie soll ich das denn machen? Ich könnte mal mit der Bedienung sprechen, ob die ihm vielleicht einen Kaffee bringen kann. Hallo. Ist alles in Ordnung, Kate? Nein, nicht wirklich. Ich möchte Kapitän Obo fragen, ob die Yukol-Karawane sich sein Schiff ausleihen kann, um nach Baranur zu kommen. Aber ich kriege nichts aus ihm raus. Er ist total besoffen. Tut mir leid, aber ich glaube wirklich, Sie verschwenden Ihre Zeit. Er betrinkt sich wieder, um seine Verbrechen zu vergessen. Wie immer. Um zu vergessen, dass er nicht so tapfer war, wie ein Schiffskapitän sein sollte. Dänen Sie sich nur vor. In Baranur hat er einfach so seine Passagiere im Stich gelassen. Und er wird nie wieder einen Fuß in diese verfluchte Stadt setzen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, Vlad. Selbst wenn er viel trinkt, ist der Kapitän ein guter Kerl. Wenn Sie die richtigen Worte finden, überzeugen Sie ihn bestimmt. Wenn ich je das Glück habe, ihn bei Verstand anzutreffen. Ich wünschte mir, er würde mir nur einmal zuhören. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich bringe ihm einen meiner kleinen Kraftbrinks. Danach schläft er wahrscheinlich drei Tage lang, aber wenigstens ist er dann bei klarem Verstand. Okay. Ja, Beeilung, Beeilung. Dafür wäre ich Ihnen wirklich dankbar. Vielen Dank, Ihnen beiden. Nicht der Rede wert. Es ist eine Schande, wie die Jokul hier behandelt werden. Wenn wir also helfen können. Ja. Ich würde gerne über alles sprechen, ehrlich gesagt. Weiß jemand, was aus den Opfern und den Automaten wurde, die der Kapitän zurückließ? Nein, alle hassen den Kapitän dafür. Aber niemand wollte freiwillig die Kristall von ihm übernehmen und die Überlebenden einsammeln. Wenn es in Baranur Überlebende gab, sind sie jetzt zweifellos tot. Ganz sicher. Großvater sagt, dass die Automaten ohne Wartung sehr schnell kaputt gegangen sein müssen. Okay. Wissen Sie, warum Kapitän Obo aus Baranur geflohen ist? Was er dort gesehen hat, muss ihn schwer traumatisiert haben. Katastrophe, die Opfer und dann die Strahlung. Er hat die Automaten am Strand abgeladen, aber er hat nicht abgewartet, bis sie die Überlebenden zurück zum Schiff brachten. Er ist einfach auf einmal durchgedreht. Volle Kraft zurück und auf Wiedersehen. Können Sie sich das vorstellen? Danach hat er die Geschichte mit dem Seemonster erfunden. Das ist ein Schiffangriff. Ja, die Legende vom Monster im See. Sehr praktisch, was? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Legende ist, aber es könnte natürlich etwas Mechanisches sein oder so. Hat Kapitän Obo die Kristall aus dem Hafen bewegt, seit er Baranur verlassen hat? Dazu war er immer viel zu betrunken. Außerdem ist der Hafen seit der Tragödie von Baranur vor 20 Jahren geschlossen. Glauben Sie, die Kristall ist nach all dieser Zeit noch seetüchtig? Ich bin sicher, dass ein paar Reparaturen nötig sein werden, aber Obo hat nie aufgehört, sie in Form zu halten. Er liebt sein Schiff, trotz allem. Gehen Sie mit dem Kapitän sprechen. Sarah bringt Ihnen den Kraftdrink, sobald er fertig ist. Okay. Ich muss den überzeugen. Gehen Sie mit Kapitän Obo sprechen. Ich bringe Ihnen seinen Kraftdrink. Okay, also ich muss erst hingehen. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, die bringen Ihnen den Drink vorher schon, aber, naja. Okay, na gut. Perfektes Timing. Ihr Kapitän, das geht aufs Haus. Aber da ist ja gar kein Alkohol drin. Tu die Brühe wieder weg. Oh, mein Gott. Das schmeckt ja wie Spülwasser. Mach die Schotten undicht und öffne die Bullaugen. Hallo, junge Frau. Mein Name ist Kate Walker, Kapitän. Wir haben uns schon unterhalten. Und was verschafft mir die Ehre Ihrer Gegenwart am Tisch des berüchtigten Kapitän Obo? Was auch immer da drin war. Ich will auch was davon. Freuen Sie sich, Kapitän. Sie können ganz neu anfangen. Für Sie beginnt ein neuer Tag. Sie sind gut gelaunt, Frau Walker. Was möchten Sie trinken? Die Runde geht auf mich. Ich wünschte, Sie würden mir zuhören. Sie sind die einzige Lösung für mein Problem. Ha, ha, ha. Dann erzählen Sie mal, junge Frau. Die Yukol und ihre Strauße sitzen hier in Weisemburg fest. Das verursacht ernsthafte Nachbarschaftsprobleme mit der Stadtbevölkerung. Außerdem müssen die Nomaden ihre Reise fortsetzen. Nur Sie, Kapitän Obo, können die Situation entschärfen, indem Sie sie an Bord der Kristall nehmen. Sie irren sich, Frau Walker. Jeder kann Ihnen sagen, dass ich völlig unfähig bin, irgendjemandem zu helfen. Also, das mit den Idioten würde ich jetzt ungern sagen. Gut, nur zu. Ignorieren Sie Obo, das feige Wunder. Sie haben recht, Kapitän. Man kann nicht behaupten, die Leute hätten eine hohe Meinung von Ihnen. Aber ich glaube, eigentlich haben Sie Angst zu erfahren, wo ich mit den Yukol hin will. Hoho, hört sich das eine an. Gut, sagen Sie mir, wo Frau Walker mit meiner alten Nussschale hin will. Das wird Ihnen nicht gefallen. Ja. Nachbarer nur. Ich bin ein gebrochener Mann wegen dem, was ich dort sah. Ein trauriges Wrack von einem Mann. Und Sie verlangen von mir, wieder dorthin zu gehen? Haha, zurück in die Hölle? Ja. Die roten Augen des Seemonsters gesehen. Ein Ungeheuer, das so groß und so lang wie mein Schiff ist. Fragen Sie Ihre Yukol-Freunde, was Sie davon wissen. Sie nennen es Kilak, den bösen Geist des Seys. Den Teufel, der das Tor zur Hölle bewacht. Nun, das wäre für Sie doch wie eine zweite Chance. Was sagen Sie? Nee, Predigen werde ich nicht und will ich nicht. Wenn das so ist, kaufe ich Ihnen die Kristall ab. Tut mir leid, aber nein. Sie ist völlig heruntergekommen. Sie lassen sie im Hafen verrotten. Sie können sich die Instandhaltung nicht leisten. Ich habe Geld und ich brauche diesen Damp... Sie ist eine Fähre, kein Dampfer. Und dieses Mädel will das Kommando über die Kristall übernehmen? Wenn die stolze Kristall von jemand ebenso stolzem gelenkt würde, wäre das definitiv besser. Aber da Sie die Reise ja nicht unternehmen wollen... Na gut, Sie können Ihren Haufen kleiner Wilder holen und an Bord der Kristall kommen. Ich nehme Sie mit. Yes! Oh, danke Kapitän. Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen und danke im Namen dieser unglücklichen Yukon. Oh, aber Vorsicht! Leichtmatrosin, noch sind wir nicht fertig. Ich habe zwei Bedingungen und die sind nicht verhandelbar. Erstens, wir gehen bei Nahodotzk vor Anker. Das ist eine kleine Stadt knapp südlich vor Baranur. So vermeiden wir die verseuchten Zonen. Und außerdem fahren wir am Tag. Ich will nicht im Magen des Seemonsters enden. Und am Tag schläft es. Das Ungeheuer ist ein Nachtgeschöpf. Bedingungen akzeptiert, Kapitän. Wenn das so ist, alle Mann an Bord, Matrosin. Denn es gibt viel zu tun, bevor wir den Anker lichten. Alles klar, Kippen. Los, Kate. Gehen Sie mit dem Kapitän, bevor er seine Meinung ändert. Ich sage Großwörter, dass er mit Kirk auf der Kristall zu Ihnen stoßen soll. Danke, Sarah. Ja, perfekt. Es hat alles geklappt. Ja gut, einmal habe ich mich ein bisschen verzettelt. Da habe ich leider... Gehst du mir mal aus dem Weg hier? Ich bin gerade am Gehen. Da habe ich leider die falsche Wahl getroffen. Aber ansonsten war es ja gar nicht so schlecht. Da habe ich überall gut getroffen von den Antworten her. Ich würde aber trotzdem... Ne, jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Ich würde aber trotzdem sagen, wenn ich da noch die Möglichkeit zu habe, bevor ich jetzt hier auf das Schiff gehe, weil ich weiß nicht, was dann kommt, ob dann noch eine Zwischenzähne kommt und dann das Ganze nochmal cuttet, beziehungsweise ob das eine lange Zwischenzähne ist und so weiter. Ich möchte die Folge jetzt nicht zu lange haben, weil die anderen Folgen nämlich auch alle schon sehr, sehr lange geworden sind. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen kleinen Cut und schauen uns dann an, wie es dann mit der Überfahrt weitergeht und zwar in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.